Was geht ab Leute Sein ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation So dann machen wir doch mal wieder hier ein bisschen Synthese weil wir haben ja neue Sachen gesammelt Wir wollen ja alle Waffen auf ungefähr gleich gute Ebene haben Deswegen aber jetzt gucken wir erstmal was wir so gesammelt haben Blitzhandschuhe Na da haben wir schon mal nichts mehr jetzt Fernkampf Hm Triflaster Hm 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 Und dann kriegt er noch den ja so zwei gleichen aber nöger und so eine energie ist aber nichts neues spannendes dann wird der kyro haben wir verbessert dann das scharfschützengewehr das hat unser grad schon gute dienste geleistet der brandgranatwerfer mit der einfachen mg und den terminalstreuschuss mit dem bumblebee blaster spiel start tag ausrüsten und entwickeln charaktere können mit tag verstärkt werden du kannst neue tag entwickeln indem du realcheck credits gibst die qualität in deinen tag hängt von investieren im betrag ab ich kann nicht nur ein tag entwickeln wassit Oh yeah, ich bin mit einer Heidung extra fauber. So, jetzt werden wir das Bumblebee entwickeln. Das ist noch ne teure Attack. Das ist nämlich nicht so billiger Attack. Fuck. Hm? Voller Einwurz. Overdrive erhöht. Hakenkraft erhöht. Max ausreichender Hedge-to-1 für besseres Radar. Okay. So. Zack. Autoparieren plus 1%. Okay. Status. Eigenstatus überprüfen. Oh-ho. What are we waiting for? Mechatron. Must be stopped. Ready, ready, ready. Let's go. What are we waiting for? Follow me. Mechatron. Ready, ready, ready. Alright. Let's go. What are we waiting for? Follow me. There was a company remove, so I can't get there. Oh-ho. Oh-ho. Was kann ich so kaufen? Uh, warte. Oh. Hm. Naja. Ready, ready, ready. Dann geht's mal los mit Bumblebee. Yay. Hey. Nur so ganz check ich noch nicht sogar, ähm, was mit Missionen sein sollen. Irgendwie, ähm, ist das so missionsmäßig nicht so, hier mache das und das, gehe da und dahin, tue dies und dies. Wisst ihr was ich meine hoffentlich? Ähm, das ist eher bisher so mau. Oh, du hast halt die gelben Punkte, die folgst auf dem Map. Und dann war's das fürs Erste. Naja. Erstmal Stahlschwert und Temalstreuschuss. Damn. Oh. Damn. 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 So, wo muss ich denn lang da lang? Damn. Ach Gottchen, komm ich halt noch nicht durch. Apermaht, Apermaht, Apermaht. E aller. Opa, da, da, da. Apermaht. Opa. Oh oh, Bumblebee! Ah shit, da kommt noch einer! Two out of these! Suicide! Come on! Ah ha! Gettet her for ya! Get outta here, baby! Ah, gell. Ah! Ah, gell. Ah, gell. Ding! Ha ha ha. Uah, steppleif. Hä? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! 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 mit ja 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 nein Mann, 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 jetzt wird es aber ein bisschen hart hier. Oh, haltet die Mann aber halt auch echt ein Schaden. Ah, 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 tya. What? Ah, 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 tya. Tya, tya. Tya, tya, tya. Puuuun! Puuuun! Oh, was? oh come on ok krass dann probierst du es halt mal mit dem nächsten Helden doch bitte Marschwert all right Na dann los geht's. Schauen wir mal was mit denen jetzt besser läuft. Was? Okay. Huh? Ah, ah, you never start a chance. Huh? Pow, pow, pow... Pow, 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 pow. Das war's. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, man. Oh. 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 Es ist doch unmöglich das zu schaffen. Wo überhaupt der große ist können. Das ist doch unmöglich. BANG 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 ARGH 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 TURN 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 $7 Ja! Shit! Optimus Prime macht's einfach. Oh ja, das wird schon wieder anstrengend. So. Pam, pam, pam. So, aber ich hatte ja irgendwas zum Lesen. Hm, wohl doch nicht. So. Und ausschalten. Boom. 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 Woh. Woh. Boom. Woh. Hm. Woh. Och nu. Ich noch mal. Long Haul und Mix Master. Okay. 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 Oh. Oh! Woo! Oh Gott, ich glaube, wir haben nichts mehr zum Heilen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Niiiice! Oh Gott! 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 Ja, 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 ja. 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 Ah, komm schon! the primary generator So, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal Schluss. Buh! Ich habe es für den Grund für die Probleme, okay. Ähm, ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao!